Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Mein Mittagessen Aber manchmal walze ich auch andere Dinge als Straßenplatt Ja, aber es gibt nichts, was du nicht walzen kannst Also ich wette, du könntest sogar diesen Hügel dort platt walzen Ganz leicht für dich, kein Problem Das kann ich? Ich meine, das kann ich Und ob du das kannst, du kannst es sogar ohne vorher zu üben Ja? Ja! Pass auf! Oh, du bist großartig! Äh, es ist, ähm, wohl doch ein bisschen schwieriger als ich dachte Das war gut, Rollo Ich meine es ernst, der Hügel hier wird gar nicht flacher Natürlich nicht Der ist ein bisschen zu groß für eine Walze allein, Rollo Aber Rollo ist die beste Walze überhaupt, Bob Ehrlich? Das weiß ich, Mixi Bob hat recht Einige Dinge kann man walzen, andere Dinge nicht Oh, oh, das war schon wieder dein Essen, hab ich recht Tschuldige, Bob Mein Essen kann ich jetzt wohl vergessen Aber du hast es perfekt platt gewalzt Du bist die beste Walze überhaupt, Rollo Cool Danke, Bob Ach, Buggy, ist es nicht schön, dass Hochhausens beste Bauprojekte genau hier losgehen? Ich liebe die Werkstatt Mein Zuhause Das ganze Team ist hier zu Hause Da hast du recht, Buggy Oh Mann Manchmal könnte ich drei Hände gebrauchen Hier Zusammen geht's ganz leicht, Leo Vorsicht, Bob Schuldige, Bob Nichts passiert, Mixi Pass auf Oh nein Hast du was verloren, Buddel? Danke Danke, Bob Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann Hier kommt neues Baumaterial, Bob Danke, Schleppo Halt, Stopp Dann fängt mein Tag heute wohl ohne Tee an Alles gut bei dir, Heppo? Wenn du da bist, geht doch immer alles gut, Bob Naja, nicht alles, weißt du? Danke, Heppo Die Ladung ist fertig, Vinci Wir sehen uns oben Jetzt kommt die Krankraft Wow Der höchste Kran Überhaupt Gut, danke, Vinci Hallo, Vinci Wollen wir, ich sehe was, was du nicht siehst spielen? Ja, wieso nicht? Aber du weißt schon, dass ich von hier aus alles sehen kann Ist schon okay Ich bin sehr gut in diesem Spiel Ich fang an Ich sehe was, was du nicht siehst Und das ist Das ist Orange Verkehrshütchen Oh, richtig Okay, Vinci Jetzt bist du dran Also schön, meinetwegen Ich sehe was, was du nicht siehst Und das ist Such dir nicht irgendwas auf der anderen Seite von Hochhausen aus, okay? Tu ich nicht Ich sehe was Und das ist Blau Etwas blaues Blaues, blaues Etwas blaues Äh, blaues Oh, das Baubüro hier Ja Nein Oh 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 Bobs Weste Ja Nein, auch nicht Auch nicht Oh Aber Oh Ich bin blau Ich bin es, Heppo Du hast mich gemeint, oder? Ja Genau Wihuu Ich bin dran Ähm Ich sehe was Ich sehe, dass noch ganz viel Arbeit auf uns wartet Komm schon Holen wir die nächste Ladung, Heppo Oh Klar Ja, Bob Äh, bis später, Vinci Ich kann euch beide immer noch sehen Immer noch Immer noch Sieht gut aus, Buggy Danke, Wendy Ich weiß Ich bin sogar dabei, meinen eigenen Rekord zu brechen Ja Juhu Du bist schon fertig, Buggy? Bob Vor dir steht der schnellste Bagger aller Zeiten Das war mein Wasserleitungs-Ausgraberekord Wow Da gratuliere ich dir Ich wette, meinen Wasserleitungseingraberekord kann ich auch noch brechen Bist du fertig, Bob? Noch nicht, Buggy Und jetzt Nein Oh Jetzt Nein Jetzt bin ich fertig Buggy, du bist dran Juhu Viel Spaß beim Rekordbrechen Ja Ja, geschafft Das schnellste Aus- und Eingraben einer Wasserleitung überhaupt Ich hatte meinen Werkzeugkasten doch hier abgestellt Ja, ich hab ihn auch gesehen Dann hab ich ihn wahrscheinlich irgendwo vergessen Außer Oh nein Oh nein Ich muss ihn eingebuddelt haben Boah Hab ihn Puh Wendy, ich hab deinen Werkzeugkasten Danke, Buggy Danke, Buggy Oh, geschafft Ich hab meinen Rekord im Aus- und Eingraben gleich zweimal gebrochen Toll, was? Zweimal, Buggy? Oh, zweimal So Fertig ist die Welle Das wird bestimmt ganz toll auf dem Aquariumglas aussehen Das sieht wie eine Haifischflosse aus, Leo Das ist eine Welle, Heppo Aber du hast recht Es sieht auch wie eine Haifischflosse aus Oh, pass auf, Heppo Stell dir mal vor, der Hof hier wäre voller Haie Oh, ich muss schnell aus dem Wasser raus Übst du mal wieder balancieren, Leo? Sieht gut aus Komm schon, Heppo Wir müssen los Vergiss bloß nicht die Haie Hm, ich muss hier erstmal aufräumen Hey, wo hab ich mein Handy gelassen? Ah, da ist es ja Oh, schön vorsichtig Ich darf nicht das Wasser berühren Wow, das war knapp Okay, Leo Du musst dein Gleichgewicht halten Kein Hai wird mich kriegen Oh, mein Handy Oh, ich muss da rangehen Oh, das wird nicht leicht Aber ich versuch's Oh! Oh, 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 oh. Hallo, hier ist Leo. Hallo Leo, ich bin's Bob. Haben die Haie dich gekriegt? Äh, hallo Bob. Aber was ist mit den Löwen? Löwen? Oh, das war ein Scherz. Ich wusste es. Ganz genau. Und die Dinos hätten die Löwen sowieso verscheucht. Darf ich dir zusehen, Wendy? Es ist so spannend, wenn du elektrische Sachen reparierst. Ja klar, Rollo. Sehr gern. Zuerst schaue ich nach, ob alle Kabel an der richtigen Stelle sind und ob sie richtig angeschlossen sind. Oh, das sieht knifflig aus. Man muss sich nur darauf konzentrieren, eins nach dem anderen zu machen. So kommt die Sache ins Rollen. Oh, Buddel, holst du bitte noch ein drittes Brett für die Reparaturarbeiten? Danke. Geht klar, Wendy. Und jetzt überprüfe ich die Stromstärke. Ups, ein Moment. Hallo, Herr Brauer. Ja, Bob ist gleich bei Ihnen. Okay, bis dann. So, die Stromstärke ist in Ordnung. Wo ist die Trittleiter? Oh, Leo. Sie steht da hinten. Oh, wie konnte ich die denn übersehen? Noch ein letzter Test. Wir müssen zur Baustelle, Buggy. Bob! Dein Essen! Ups, hätte ich fast vergessen. Fertig. Siehst du, war doch ganz leicht. Wow! Du hast echt viel zu tun, Wendy. Wenn man immer schön eins nach dem anderen macht, dann kriegt man alles hin. Bis später, Rollo. Nur Wendy kriegt selbst dann alles hin, wenn sie viele Sachen auf einmal macht. Jetzt kommt die Krankraft. Hüts, jüts, jüts, jüts. Hier, bitte sehr, Bob. 202 Ziegelsteine. Wow! Genauso viele Ziegelsteine sind es. Wie hast du das erraten? Das habe ich nicht erraten. Ich weiß, wie schwer ein Ziegel ist und diese Ladung hat sich 202-mal schwerer angefühlt. Du bist echt der Größte in Sachen anheben. Ich weiß sogar, was für Sachen ich hebe, ohne sie zu sehen. Das habe ich schon immer gekonnt. Liegt wohl daran, dass ich ein Kran bin, oder? Ich weiß, welche Form eine Ladung hat, woraus sie gemacht ist, aus Holz oder Metall. Ob sie gestapelt ist, einfach alles. Okay, Vinci. Dann wollen wir mal sehen, wie gut du bist. Ja, das Spiel gefällt mir. Pack die Ladung drauf. Okay, Vinci. Lass deinen Haken runter. Und nicht gucken. Ich verspreche, ich gucke nicht. Was ist das? Holzbretter. Sechs Stück. Ja. Wusste ich's doch. Hm, acht Rohre. Ein Holzbrett, ein Bohrer, ein Werkzeugkasten, ein Verkehrshütchen und... Ja. Und? Oh, und da liegt ein Handy auf dem Holzbrett. Das ist richtig. Du bist unglaublich. Okay, ein letztes Mal, Vinci. Ah, ja. Also, Vinci. Was ist das? Oh, das ist leicht. Dein Essen. Es sind Thunfischbrote. Ich, das, das... Ja! Wie bist du nur darauf gekommen, hä? Ich kann sie riechen, Bob. Sogar von hier oben. Oh. Sie riechen lecker, oder? Ähm, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Hier kommt Buddel, König vom Schotterberg. König Buddel, hä? Das gefällt mir. Oh. Hallo, Bob. Buddel, könntest du den Schotter abholen, der sich bei den Bauarbeiten in dieser Woche angesammelt hat? Alles klar, Bob. Danke, König Buddel. Oh, und vergiss nicht, er kommt in die Baustoffcontainer. Los geht's, Buggy. Wenn ich den ganzen Schotter der letzten Woche einsammle, wird mein Werk riesengroß. Bendy, ist das der übrig gebliebene Schotter? Ja, genau. Du kannst ihn mitnehmen, Buddel. Ja, danke, Wendy. Mein Schotterberg. Er wird groß. König Buddel. Aber er ist immer noch nicht groß genug. Ein König braucht einen Berg, keinen Hügel. König Buddel. Oho. Oho. Ja. Das ist Weltspitze. Supertoll. Wow, Budde, ich hatte keine Ahnung, dass so viel Schotter übrig geblieben ist Ich bin König Budde und das ist der Berg von König Budde Ist mir eine Ehre, aber eigentlich muss der Schotter in die Baustoffcontainer, das weißt du doch Oh ja, geht sofort los Danke, Eure Majestät Oh 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 Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hits Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt Jeder ruft ganz laut, schlagt ein, jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können Wir sind ein Team, wir sind ein Team Wir sind ein Team, 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 Team Wir sind ein Team, ein tolles Team Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut, schlagt ein Oh, 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 oh Oh, oh, oh Jeder hilft auf seine Art, gemeinsam sind wir ein Team Wir bauen uns was Großes auf, es macht Spaß, uns so zu sehen. Konstruieren, baggern, bauen, heben, bohren, kleben, mischen. T-E-A-M, jeder macht jetzt mit. Die festen Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, Team, Team. Wir sind ein Team, Team, Team. Wir sind ein Team, 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 Team. Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Stiefel an, Gürpel zu, Helm auf, los. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, jo, wir schaff'n das. Badi, Baudel, Heppo und Schleppo, na klar. Auch Leo und Wendy sind fürs Team immer da. Mit Bob an der Seite haben wir so viel Spaß. Alle gemeinsam geben wir Gas. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, jo, wir schaff'n das. Bauarbeiter, können wir das bauen? Bob, der Meister, jo, wir bauen das. Und wer denkt, das war gut, für den wird's jetzt sogar noch besser. Es gibt immer viel Arbeit, also legen wir los. Basteln und bauen, darin sind wir groß. Wir halten zusammen, jeder gibt, was er kann. Und jedes Problem, das pracken wir an. Ja! Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, jo, wir schaff'n das. Okay, Team, ihr habt's gehört. Jo, wir schaff'n das. Oh, ich freu mich schon auf die Mixerei. Du kannst dich auf mich verlassen. Oh, da ist alles endlich. Oh, mir kommt gerade eine geniale Idee. Achtung, jetzt kommt die Krankraft. Können wir das schaffen? Also Freunde, dann packen wir's an. Wird's doch schwierig, wir behalten den Durchblick. Los geht's, wir sind da. Können wir das ausgraben? Ja! Können wir das bauen? Ja! Können wir das schaffen? Ja! Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, können wir das schaffen? Jo, wir schaff'n das. Bauarbeiter, können wir das bauen? Bob, der Meister, jo, wir bauen das. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister, jo, wir schaff'n das. Hey, liebe Leute, wir bauen heute wie Bob der Meister und sein Team. Also holt euer Werkzeug und los geht's! Stiefel, Gürtel, Bauhelm, Bau wie Bob der Meister. Stiefel, Gürtel, Bauhelm, alle machen mit. Misch es so wie Mixi, dreh dich rum im Kreis. Hände hoch wie Herbst, Hände hoch wie Herbpo in den Himmel weit. Roll es platt wie Rollo, mach die Vorwärtsrolle. Bohre ganz genau wie Bob und mach das Bohrgeräusch. Bau es auf, Stein für Stein. Nimm den Hammer, boing, boing, boing. Dreh die Schraube rein, rein, rein. Stiefel, Gürtel, Bauhelm, Bau wie Bob der Meister. Stiefel, Gürtel, Bauhelm, alle machen mit. Stiefel, Gürtel, Bauhelm, Bau wie Bob der Meister. Stiefel, Gürtel, Bauhelm, alle machen mit. Buggy kann gut graben, grab ein großes Loch. Burdel, der fährt hin und her, so tanzen kannst du doch. Schleppo ist so riesig, stamm auf mit deinem Fuß. Mach dich groß wie Vinci, du machst das richtig gut. Bau es auf, Stein für Stein, nimm den Hammer, boing, boing, boing. Dreh die Schraube, rein, rein, rein. Nimm deine Stiefel, Gürtel, Bauhänden, Bau wie Bock der Meister. Stiefel, Gürtel, Bauhänden, alle machen mit. Nimm deine Stiefel, Gürtel, Bauhänden, Bau wie Bock der Meister. Stiefel, Gürtel, Bauhänden, alle machen mit. Bau es auf, Stein für Stein, nimm den Hammer, boing, boing, boing. Dreh die Schraube, rein, rein, rein. Nimm deine Stiefel, Gürtel, Bauhänden, Bau wie Bock der Meister. Stiefel, Gürtel, Bauhänden, alle machen mit. Nimm deine Stiefel, Gürtel, Bau, hey. Bau wie Gott der Meister. Stiefel, Gürtel, Bau, hey. Alle machen mit. Bühne frei, los geht's, komm zu unserer Show. Spaß haben, Vorhang hoch und wir sagen Hallo. Wir klatschen in die Hände und wir freuen uns alle, Mann. Hier kommt Paggie und Paggie kommt gut ran. Es gibt nichts Besseres als Waggern, darin bin ich perfekt. Mit meiner Superschaufel mach ich den Boden weg. Ich bin der beste Bagger der Welt, denn ich grabe immer zu. Ich grub schon bis Australien, da sah ich ein Känguru. Er guckt schon bis Australien, da sah er ein Känguru. Bumschi-Lada-bumschi-Lada-bumschi-Lada-bum. Jetzt fangen wir an zu toben mit riesigem Applaus. Hier kommt Peppo, also seins so richtig laut. Ich liebe es zu heben und Sachen zu bewegen. Alles kann ich in die Luft ziehen und ich ziehe nie daneben. Meine ganzen Freunde wissen, dass ich alles schaffe. Sie lachen dann, denn ich seh dabei aus wie ne Giraffe. Wir lachen dann, denn er sieht dabei aus wie ne Giraffe. Bumschi-Lada-bumschi-Lada-bumschi-Lada. Es geht jetzt sofort weiter, also stehen wir alle auf. Hier kommt Puddel und der hat's wirklich drauf. Ja, und ich eigentlich auch. Ich bin der allerbeste Matschmann, das ist doch allen klar. Weil ich so gut mit Matsch kann, finde ich das wunderbar. Selbst durch den nächsten Schlamm komme ich am Ende an. Weil ich mich wie eine Raupe auf- und abbewegen kann. Weil er sich wie eine Raupe auf- und abbewegen kann. Bumschi-Lada-bumschi-Lada-bumschi-Lada-bumschi-Lada-bumschi-Lada. Es war mit euch so schön mit Baggi und Heppo. Bis bald auf Wiedersehen. Alle sind die Besten und perfekt sind wir als Team. Wir machen alle mit und dann wird es wunderschön. Vorhand zu Licht aus bis bald auf Wiedersehen. BR 2018 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 zusammen. Und wenn auch mal etwas schief gehen kann, dann fangen wir gleich von vorne an. Wir sind Bob's Team. Hey, ho, denn wir legen gut los. Im Notfall rettet Bob sein Team. Und selbst wenn alles zusammenbricht, wir kriegen das wieder hin. Wir glauben, alles sieht gut aus. Und dann geht doch etwas schief. Da ist ein Durcheinander in Hochhausen. Aber auch das kriegen wir in den Griff. Leo hat immer die besten Ideen. Manchmal schwierig, sie zu verstehen. Doch Bob kriegt das dann hin. Hey, ho, Bob und Co. Wir arbeiten gut zusammen. Und wenn auch mal etwas schief gehen kann, dann fangen wir gleich von vorne an. Wir sind Bob's Team. Hey, ho, denn wir legen gut los. Im Notfall rettet Bob sein Team. Und selbst wenn alles zusammenbricht, wir kriegen das wieder hin. Kriegen das wieder hin. Hör mal, Leo. Ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit ein bisschen vergesslich bist. Wirklich? Ich kann mich nicht erinnern. Tja, gestern zum Beispiel, da sollten wir mal links großes Teleskop streichen. Und du hattest die Leiter vergessen. Und die Pinsel. Und die Farbe. Oh, oh ja. Jetzt weiß ich's wieder. Gut. Also müssen wir heute darauf achten, dass wir alles dabei haben, bevor wir losfahren. Und dass wir wirklich nichts vergessen. Ja, das macht Sinn, Bob. Heute Morgen bauen wir einen Schuppen für den Zoo, in dem die Bananen für die Affen aufbewahrt werden sollen. Wir fahren zum Zoo. Also habe ich eine Liste gemacht mit allen Dingen, die wir brauchen. Und ich will gucken, ob du sie in deinem Werkzeugkasten hast. Okay, Bob. Gut. Als erstes Wasserwaage. Ist hier. Klasse. Schauen wir mal, was wir noch brauchen. Hast du einen Schraubenzieher da? Hier. Die Schrauben drehen sich schließlich nicht von selbst rein. Ganz genau. Hammer? Auch da. Oh, ich liebe Hammer. Den würde ich niemals vergessen. Sehr schön. Dann hätten wir noch das Maßband und die Schutzbrille. Ist da. Und ist auch da. Es fehlt noch die Säge. Ah, hier. Pass immer schön auf, wenn du ein scharfes Werkzeug in die Hand nimmst, okay? Ich denke, dann haben wir alles. Jetzt bauen wir den Schuppen. Okay, es kann losgehen. Worauf wartest du, Buddel? Ähm, und was ist mit deinem Werkzeugkasten? Oh ja. Natürlich. Hatte ich vergessen. So, Leo. Heute üben wir als erstes, wie man Löcher in Wände bohrt. Oh, wow. Ich liebe die Bohrmaschine. Wir brauchen sie, um die Lieblingsbilder der Bürgermeisterin aufzuhängen. Für eine Wand wie diese brauchen wir Schrauben und Wanddübel anstatt Nägel. Zuerst prüfst du, ob der Bohrer aufgeladen ist. Hallo, Bob. Ich bin RoboLeo3000, der Bauroboter. Ich bin aufgeladen. Hallo, RoboterLeo3000. Sagst du bitte dem echten Leo, er kann jetzt den Bohraufsatz reinstecken? Geht klar, Bob. Sehr gut. Du kannst loslegen. Erstmal ganz vorsichtig. Sehr schön. Jetzt kannst du etwas höher schalten. Noch ein bisschen. Wow! Oh nein. Was ist passiert? Ist schon okay. Alles halb so wild. Das kriegen wir wieder hin. Schaffst du es, dieses Bild allein aufzuhängen? Ja. Ich hatte doch einen super Lehrer. Ich weiß, was ich tun muss, Bob. Klasse. Dann lass ich dich jetzt allein. Na, Leo, hat alles geklappt? Ja, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man Löcher in Wände bohrt, Bob. Das sieht wirklich toll aus. Mhm. Oh je. Ähm, ich musste es ein paar Mal versuchen, um es perfekt hinzukriegen. Also, Leo, als zweites übst du heute, wie man Löcher in Wänden wieder dicht macht. So, ich bin fast fertig mit den Pfosten für den neuen Zaun, Leo. Kannst du weitermachen? Dann hole ich den Draht, um sie zu verbinden. Klar, Bob. Dieser große Vorschlaghammer ist bereit für die Pfosten. Und ich halte die Pfosten bereit. Gut, dann wollen wir sie mal reinhämmern. Halt, Leo. Immer schön langsam. Vergiss nicht zu überprüfen, ob die Pfosten die richtige Länge haben. Damit später auch alle gleich hoch sind. Okay, okay. Dieser hier ist ein bisschen zu lang. Kann ich jetzt endlich loshämmern? Ja, kann es losgehen? Okay, dann lass ich euch jetzt allein. Und nicht vergessen, alle müssen gleich hoch sein. Ach, dann wollen wir mal. Los geht die Hämmerei. Wuhu! Okay. Der nächste, bitte, Buggy. Wir werden den Zaun in Nullkommanichts fertig haben. Und rein mit dir. Sieht gut aus. Oh, hm. Dieser ist höher als der da. Hat Bob nicht gesagt, du musst sie erst abmessen und auf die richtige Länge schneiden? Ah, das ist gar nicht nötig. Ich schlag ihn ein bisschen tiefer rein. Jetzt ist er kürzer als alle anderen. Oh. Äh. Ist schon okay. Ich schlag die anderen auch etwas tiefer rein. Siehst du, geht doch. Ähm. Leo. Leo. Hm. Da muss ich noch mal ran. Äh. Äh. Leo, Buggy. Was habt ihr mit den Pfosten für den Zaun gemacht? Äh. Ich glaub, ich hab mich da wohl ein bisschen verhämmert. Ja, du hast es mit dem Reinschlagen etwas übertrieben. Aber eine gute Sache hat es. Sie haben alle dieselbe Höhe. Äh. Okay, Leo. Du streichst diese Wand, während ich die Auffahrt betoniere. Erinnerst du dich noch an die Arbeitsschritte, die wir besprochen haben? Aber natürlich, Bob. Noch nicht, Leo. Oh, was ist los? Zuerst deckst du den Gehweg mit Filz ab, damit keine Farbe draufkommt. Und den Fensterrahmen schützt du mit Kreppband. Oh. Ja. Klar. Hatte ich völlig vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Hm. Das dürfte reichen. Bereit? Ich mixe alles sofort durch. Danke, Mixi. Leo, warte eine Sekunde. Was hab ich jetzt vergessen? Du musst erst die Risse in der Wand abdichten, bevor du die Farbe aufträgst. Oh. Haha. Ja. Haha. Hab dich nur getestet, Bob. Ich mach das sofort. Hm. Schöner Beton, Mixi. Danke, Bob. Ich muss ihn nur glatt streichen. Halt! Warte, Leo! Oh, oh, was ist jetzt? Auf deiner Malerrolle ist viel zu viel Farbe drauf. Das gibt dicke Kleckse. Okay, ich nehm etwas runter. Wow, es ist so schön glatt, Bob. Es ist einfach perfekt. Danke, Mixi. Ich glaub, ich hab ein Milchshake verdient. Bob, wie findest du meine Wand? Tolle Arbeit, Leo. Du hast an alles gedacht. Oh, klasse. Dann hab ich wohl auch ein Milchshake verdient. Findest du nicht auch? Bleib schön, wo du bist, Leo. Kein Schritt weiter. Genau. Keinen... ...Schritt... ...weiter... Ja, fünf Fußabdrücke sind echt genug. Und bloß nicht bewegen. Wo gehst du hin? Ich hol mir meinen Milchshake. Wir müssen diesen Weg aufreißen, damit wir die Leitung verlegen können. Weißt du noch, wie man den Presslufthammer benutzt? Ja, der Presslufthammer ist leicht angewinkelt und zu meinem Körper hingelehnt. Soll ich's dir zeigen? Ja, bitte. Sehr gut. Was sagtest du? Ups, mit den Ohrenschützern kann ich dich nicht gut hören. Ich sagte sehr gut. Kannst du hier weitermachen? Dann hol ich schon mal die Rohrleitung. Ja, klar, Bob. Gut. Und vergiss nicht, deine Ohrenschütze aufzusetzen, während du arbeitest. Leo! Oh, hallo, Buddel. Was gibt es? Bob, sag, du kannst ne kurze Pause machen. Wendy hat Waffeln gebacken. Eine Rassel? Äh, die kriegst du im Spielzeugladen. Leo! 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 Oh, hey, Buddel. Hab dich nicht kommen hören. Was gibt's? Möchtest du gar nichts von den leckeren Waffeln haben? Sie riechen so gut. Du suchst einen Hut? Oh, ich weiß. Da vorn liegt noch ein Schutzhelm. Leo! Hallo, Buddel. Was kann ich für dich tun? Es ist nur noch eine einzige kleine Waffel übrig. Und Bob sagt, wenn du willst, kannst du sie haben. Den Weg weiter aufgraben? Haha. Ja, klar. Mach ich. Oh. Komisch, dass Leo überhaupt keine Waffeln haben wollte. Tja, da hat er was verpasst. Ha. Was hab ich verpasst? Wendy's Waffeln. Tut mir leid. Es sind keine mehr übrig. Es gab Waffeln? Wieso hat mir niemand Bescheid gesagt? Hm. Dies wird das spannendste Fußballspiel der Saison. Okay, Leo. Weißt du noch, worum es heute geht? Nicht darum, wer die Meisterschaft gewinnt, oder? Hm? Da hast du recht. Heute lernst du, wie man mauert. Oh ja, richtig. Cool. Zuerst machst du etwas Mörtel auf deine Kelle und verteilst ihn auf den oberen Mauerstein. Äh, Leo? Ein Freund hat mir geschrieben, dass Hochhausen in Führung liegt. Wuhu! Oh. Entschuldige. Leg den Ziegel hier oben drauf, drück ihn runter und kratz den überflüssigen Mörtel ab. Dann nimmst du den nächsten Ziegel, verteilst den Mörtel auf der Unterseite und legst ihn neben den anderen. Und so weiter. Kein Problem, Bob. Ich muss zurück zur Werkstatt. Du konzentrierst dich schön auf die Arbeit. Ich bin bald zurück, okay? Hab verstanden. Das ist eines der aufregendsten Spiele, die ich je gesehen habe. Die erste Halbzeit ist um. Was für spannende 45 Minuten. Hm, der richtige Zeitpunkt, um Mittag zu essen. Wo hab ich denn meine Brotdose hingestellt? Sie muss doch irgendwo... Oh nein! Hallo, Leo. Wie kommst du mit den Mauern voran? Äh, gut, Bob, gut. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich ruf zurück. Hallo, Leo. Oh, hallo, Wendy. Hast du zufällig irgendwo mein Buch gesehen? Ich kann es einfach nicht finden. Ähm, nein. Also es muss hier irgendwo sein. Oh nein! Und das war der Schluss, Pip. Hochhausen hat gewonnen. Juhu! Ach, die Arbeit ist fertig. Dann kann ich ja jetzt Bob Bescheid sagen. Also, wo ist mein Walkie-Talkie? Hallo, Leo. Was macht die Mauer? Ende. Also, das hier ist der Untergrund für die Bretter, die wir gleich zusammen verlegen werden, Leo. Ah, hier ist das echt wunderschön. Nah am Strand und perfekt, um die Sonne zu genießen. Leo? Ja, Bob? Heute zeige ich dir, wie man die Nagelpistole richtig benutzt. Oh, klasse. Darauf habe ich mich schon lange gefreut. Sie macht so ein cooles Geräusch. Zuerst musst du das Brett an die richtige Stelle legen. Dann setzt du die Spitze der Pistole auf einen Punkt über dem Balken und drückst auf den Abzug. Oh ja! Juhu! Dann kommen noch mehr Nägel ins Brett, damit auch alles festsitzt. Haha, ich liebe dieses Geräusch. Bunk, bunk, bunk. Jetzt zeige ich dir noch, wie man Nägel nachfüllt, wenn keine mehr drin sind. Okay. Per Knopfdruck öffnet sich diese Klappe. Und da füllst du dann die Nägel rein. Verstanden? Äh, alles klar. Kann losgehen. Gut. Während du die Bretter festnagelst, hole ich schon mal den Lack. Hehe. Das sieht sehr ordentlich aus, Leo. Gut gemacht. Ah, danke, Bob. Bitte, teste mal, ob man drauf gehen kann. Oh nein! Leo, hast du auch Nägel nachgefüllt, so wie ich's dir erklärt hab? Nachgefüllt? Was? Siehst du, Leo? Wieder etwas gelernt. Es ist noch nicht Mittagszeit, Leo. Ach, aber ich hab so'n großen Hunger. Wir schneiden kurz gemeinsam die Bretter, dann kannst du dein Brot essen. Na gut, dann ess ich dich später. Also, heute werde ich dir zeigen, wie man eine Stichsäge benutzt. Die brauchen wir, um die Regalbretter zurechtzuschneiden. Schneiden? Das ist babyleicht. Ich kann die schwierigsten Formen aus Papier ausschneiden. Haha, ja, vielleicht mit einer Schere, Leo. Aber für Holz brauchst du eine Säge. Hä? Das sieht leicht aus. Ich probier's gleich aus. Sekunde. Äh, zuerst üben wir ein bisschen. Mal sehen, wie du mit dem Stück Restholz zurechtkommst. Nein, ich will das gleich richtig probieren. Diese Säge hat ziemlich viel Kraft. Du musst erst mal üben. Hier, schneide an dieser Linie. Das kann doch auch nicht anders sein als mit einer Schere. Fertig. Äh, nicht ganz so gut wie du es machst, Bob. Mach dir nichts draus, versuch's nochmal. Aber diesmal drück nicht so stark auf den Einschaltknopf. Geht klar. Perfekt. Okay, dann wollen wir mal sägen. Das lief wie geschmiert. Das war das letzte Regalbrett. Kann ich jetzt endlich mein Brot essen? Aber natürlich, wenn es in deinen Mund passt. Keine Sorge, Bob. Dafür hab ich schon eine Idee. Äh, Leo, nein. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Oh. Ich hol dir ein Messer. Also, Leo, ich hab draußen auf der Straße einen Holzklotz gefunden und da fiel mir ein, dass ich dir schon lange zeigen wollte, wie man mit einer Kettensäge umgeht. Okay, Bob. Ich hatte auch schon gehofft, dass du mir das mal zeigst. Nur vergiss nicht, die Kettensäge ist eines der gefährlichsten Werkzeuge, also sei immer schön vorsichtig, wenn du damit arbeitest. Natürlich, Bob. Deswegen werde ich mich ja auch besonders konzentrieren. Gut. Also, zuerst kommt die Sicherheitsausrüstung. Dazu gehören Handschuhe, eine Schutzbrille und Ohrenschützer. Mhm. Okay, geh einen Schritt zurück. Ich schalte jetzt die Kettensäge ein. Zieh kräftig an der Anlasserschnur, bis die Maschine anspringt. Dann löst du die Kettenbremse, drückst auf den Gashebel und fängst an zu sägen. Buggi, Budel, Heppo, kommt, seht euch das an. Wow. Super. Das ist unglaublich. Oh, fantastisch. Spopp. Ich werde lange brauchen, um das so gut hinzubekommen. Du brauchst nur Übung, Leo. Ähm, habt ihr irgendwo einen Holzklotz gesehen? Ich hab ihn für die Schaukel bestellt, die gerade auf dem Spielplatz gebaut wird. Oh, äh, ups. Äh, ich glaube, du musst einen neuen bestellen, Wendy. Wenn du willst, kannst du dich hinsetzen. Dann ruf ich an. Oh. Hä? Oh, Mann. Manchmal könnte ich drei Hände gebrauchen. Zusammen geht's ganz leicht, Leo. Mann.